Servus Servus, willkommen zum neuen Video. Heute werden wir Rainbow Sextech in Rainbow Sextech pranken und zwar auf zwei Server. Der eine Server tut mir maximal leid und zwar das ist nur so effizient. Deko und Mabossa, so glaube ich heißen die. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen werde, aber ich werde so dazugebannt, glaube ich. Ich werde jetzt bei Räume reingehen und die Leute, also jetzt nicht beleidigen, aber mit denen in Rainbow in eine Runde gehen und dann halt töten und sagen, es wäre aus Versehen und so. Ich glaube nicht, dass das ein Bannwert ist, falls ihr es denkt, okay, hier ist mein Name, wir können nämlich gern Bann. Ähm, ansonsten gehen wir noch auf Rainbow Sextech Deutschland, dort werden wir auch noch trollen, aber da ist äh, aktuell keiner, der ähm, bei Silvio oder Bronze-Suche ist. Ich weiß nicht, ob ich direkt irgendwo bei Ranked reingehe oder unranked und dort trolle, ich glaube eher schon, aber das werden wir dann alles sehen. Wir müssen sofort jetzt hier rein. Ich würde sagen, jetzt go. Servus. Moin, vier, sechs, internet. Hey, normal, was geht ab? Als egal, Tox. Seid ihr ne Runde? Ja, was ist? Äh, custom. Sorry, dass bei uns momentan der Anlieter irgendwie scheiße gebaut hat oder so. Wir bekommen ja demnächst neues Internet. Mann, 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 immer die einzelnen Insleiter. Da stelle ich mal drauf ein, dass irgendwie ein Typ da hinten am Fenster rappeln wird. Ja, locker. Ja, ich weiß, ich kann dieser Typ als PV Gaming. PV Gaming. Was, was, wer ist das? Äh, wer ist das? Ich kenne die nicht. Was soll dieses PV? Oh, ne, ich. Ah, okay, ich bin Aroni. Sicher, dass er rappeln wird? Ja. Das Ding wird halt sein. Guck mal, hier durch. Ja, der Maroni. Das Aufmaßkubiner. Da werden, da werden schon zwei Leute Minimum durchsterben. Ja, das ist mir auch bewusst. Deswegen mache ich das. Ja, wir haben einen Operator, der Kahn. All deine Köber. Sorry, sorry für die Lacks, Leute, aber wir sind nur da. Haltet nach einer Ausschau. Jetzt kommen die. Ja, bitte, damit nicht zwei Minuten auf dem Dach rum. Würde ich sehr entscheuen. Ich habe den Löscher wieder vergessen. Ich bin auf der falschen Seite despawned. Was ist das? Junge, warum hast du mich angeschossen? Besser, wirklich. Max. Max, du machst deinen normalen Outrun. Mann, traust du das Ganze jetzt nicht mehr. Digga, ey, geh doch weg, Digga. Ist das gerade dein Scheißernst? Junge. Hat ich mich auch einmal angehittet, Alter. Junge. Nee, er hat sich doch geseilt. Er hat sich auf mich drauf abgeseilt. Ja. Scheiße. Aroni, was geht? Und muss drei Ränder, ne? Nö, nö, mach mal. Junge. Junge mit Revolt, ihr wart ja nicht. Worte, war. Oh, scheiße. Die Bomben sind sicher. Das Ding, ne? Ihr fällt jetzt mit Action nicht auf die Gegend auf die Pilze gegangen, sondern auf die Krems erstmal. Junge, ich war auch angeschossen gehabt. Egal, ja, das neue Runde jetzt. Neue Runde, ne? Guck mal, die, guck mal, die klinnen sich schon selber. Brauchen gar nichts. Mann, Doc. Doc. Ich erzähl dir mal was, Doc. Du bist da, um Team-Mech zu heilen, nicht um sie zu töten. Genau. Warum? Ja, du bist so ein Bastard, Alter. Also, ich weiß nicht immer noch. Und es ist noch nicht, wie du sollst. Es macht jetzt nur die, dass du mitspielst oder nicht. Ja, die töten dich die ganze Zeit. Spiel doch mal gescheit, Alter. Letziger, Adrox. Adrox, so viel dazu, dass du mich ja nur einmal jetzt geteam-killed hast und auch nur einmal einen Schlitz-Runde vom Meter stört hast. Ja, und jetzt Teams-Kill zu mich schon wieder. Wir machen hier zuerst. Willst du gleich noch mal in Evil-Eiter-Schlitzel? Wir machen jetzt Piste-Runde-Tipp-Challenge. Ich mache euch mal Einzelschuss, okay? Ja, okay. Dann mache ich auch Einzelschuss. Ich weiß nicht, zwei gegen mich. Weil Adrox nicht getötet hat und dann hat hier... Ah, Jogo. Ah, hier Adrox getötet. Ich hab dich gerecht, Abel. Ah, dann ist's. Digga. Jungs, ihr seid da auch einen Kreuz zu geben, wenn ihr tot seid, wisst ihr? Ja, wahrscheinlich. Ich hab's nicht zugeguckt. Du heilst sie. Heil Mitspieler. Pw-Games. Uch. Ey, ach, guck wieder. Ey, geh doch weg, ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wollt ihr mich verarschen? Hör auf mich. Alter, der war knapp. Alter, der war knapp, ey. Oh, komm doch. Scheiße, ey. Ey, du sagst, wann ich schießen soll, okay? Was darf ich nicht? Du sollst sagen, wann ich schießen soll. Und sie killt mich. Warum? Warum, 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 warum. Ich bin so jüdisch, ehrlich. Oh. Was soll das? E-Mailchen. Sag jetzt die, du kannst sie nicht mehr finden. Alter. Oh, 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 oh. Wenn du früher verbindest. Ja, stimmt. Komm, 100 Euro Challenge. Wer gewinnt, krieg ich die 100 Euro. Ich hab kein 100 Euro, aber ja. Egal. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Nein, ich hab noch mein letztes Geld, was ich letztens bekomme zum Geburtstag von WC ausgegeben. Ja, gut, der aim, der aim, der aim, der aim, der aim, der aim, der aim. Wenigens weißt, wo du dich hinstellen musst. Du hast es gut hingestellt. Und jetzt ist er links. Ah! 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 Ärger! Ey, pass nur rauf! Ey, pass nur rauf, was drauf. Ey, man sieht, du hast echt auf den Gegner jetzt wirklich feetig gemacht. Ah! Moment echt ein peek per trocken! Wasした jetzt mal ein Treffer? Die CPU reicht momentan komplett aus. Ich kann nicht mehr cap hele! Nein, ja, für mich, Áain, auf 8isten. 20% Auslastung. Warum soll ich mir ein neues zu holen? Komm, du drohnen! Wenn du nicht weggehst, wenn du nicht weggehst, äh, wenn du nicht weggehst, der schießt dich. Mach mir eine Drohne mal aus. Da kommt eine Drohne an. Der ist ein Billiard. Ist er ein Billiard, okay? Nachlade-Volgar! Der hat ein HP-B-Niga. Geh weg, geh weg, ich versuch! Ey, pass doch auf, Digga! Oh, das gefällt mir. Ey, ist dann wirklich einfach blöd. Seem hat er bei mir auch gemacht, wenn er schießt auf mich, sind schon ein Ackmann aus der Backlamp. Das Problem ist, ich kann nicht erkennen, ob das Ex oder Absicht ist. Das kann man bei ihm nicht erkennen. Spiel R6? Hinter dir in Lagisch, in Sulu. Spiel R6, willst du dich vielleicht noch selber töten? Er ist ein Ackmann. Billiard jetzt. Klapp, Digga! Ey, rennt alle vor mein Gesicht, Jungs. Ich...